Die Spiegel-Redakteure hakten wegen seiner Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur nach. Scholz antwortete ausweichend, es sei gut, dass die SPD eine Reihe von Personen hat, denen man das Kanzleramt zutraut. Und es sei keine Strafe, Kanzlerkandidat der SPD zu werden. Der Parteitag in Wilhelmsburg wirkt wie eine gigantische Bewerbungsrede. Hamburg weiter vorn steht in riesigen Buchstaben auf der Bühne. Olaf Scholz tritt ohne Schlips ans Rednerpult. Liebe Genossinnen und Genossen, wir Hamburger sind ja bescheidene Leute. Hanseatisches Understatement ist die Natur unserer Sache, beginnt er, um dann jegliches Understatement zu vermeiden. Ein wenig zurückgenommen möchte ich sagen, ich begrüße euch als eine der erfolgreichsten sozialdemokratischen Parteien Europas. Scholz präsentiert Hamburg als Beispiel dafür, wie die ganze SPD zu retten ist. Die Ergebnisse der Hamburger SPD bei den letzten Bürgerschaftswahlen seien etwas ganz, ganz Besonderes, erklärt er und verrät sein Erfolgsgeheimnis. Die SPD muss die Hoffnungen der Bürger auf ein gutes Leben erfüllen. Ausgiebig lobt Scholz seine Erfolge, den Ausbau der Kindertagesstätten, den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen, die Abschaffung der Studiengebühren. Hamburg ist eine Hoffnungsstadt und bleibt eine Hoffnungsstadt, sagt er und lässt keinen Zweifel daran, dass er das auch als Weg für Deutschland sieht. Wir müssen die bestmöglichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Bürger durch Anstrengung ihr Leben verbessern können. Die Hamburger Genossen sind begeistert. Sie bestätigen Scholz mit Rekordergebnis im Amt des Landesvorsitzenden. Mehr als 97 Prozent der Delegierten stimmen für den Bürgermeister. Trotz der Olympia-Niederlage sitzt Scholz wieder fest im Sattel. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und weiß ganz genau, dass das nicht selbstverständlich ist, bedankt er sich.